Musik Im Mai 2011 wurde die Studie des Polo R-WRC vorgestellt. Geht es nach VW, dann soll der Polo Geschichte schreiben. Ab 2013 startet der neu entwickelte Allradler in der FIA Rallye Weltmeisterschaft WRC. Der gut 300 PS starke Polo kann dann bei den spektakulären Wettbewerben zeigen, was in ihm steckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017